ARD Text im Auftrag von Funk Gib mal mehr Gas jetzt los! Jetzt schreit aber nicht so, ja? Ich gewinn gerade fast Ah fuck Ich muss ins blaue Tor machen Also ich finde jetzt nicht, dass es so offensichtlich ist, dass der Siener gewinnt Ich auch nicht Jetzt kommt der Strolch hier nach vorne Ich erklär mal das Spiel jetzt hier Los rappeln, los rappeln Ich steh hier am Tor und ich mach jetzt einen Konter Und zwar genau so Los geht's Ja okay Jawoll Ich würd mal sagen, bevor der Familie disrespektet Ja guck mal, guck mal, folgendes jetzt Der holt jetzt den Ball, aber ich steh hier Ein paar Sekunden später Scheiße Ich würd auch nicht sagen Ja Jesus Ja okay, spiel jetzt ernst Ach ja genau Jetzt mal mega ernst Der Robin ist ganz gut eigentlich Los Dein Ball nach links Voll der Coach im Nacken, ey Ja Oh jaaa Wuhu Ich hab keine Sitzung vorne Los, deine Chance, jetzt verkackst du mich Okay, alle geht Danke, danke, sehr gut Okay, alle geht Genau, genau Ach komm, der war hier Ist die eine noch da, bitte? Sag bitte ja Was? Wo ist er denn nicht auf deine Ahnung? Lass mal kurz an sie noch, ja? Nein, nein, nein Was? Was? Wir brauchen Bass Toll Ich hab was probiert Ja, das hab ich begleitet Wollte ich da oben Das ist ja schön Ja weg Scheiße Deklassier Nachdem wir nun jetzt Sinans Selbstbewusstsein zerstört haben, gehen wir nun an seinen Stolz Das ist halt das Tricky daran, ne? Also wenn du den halt gut kriegst und sowas, dann kannst du halt gut damit arbeiten Aber wenn du den Scheiße bekommen hast, hast du halt schon gelitten Gestern hat die auch in der Runde gespielt, aber wie gesagt, ich hab halt Rumble mit einem Kumpel gezockt Und da hat er auch Spikes gehabt, dann hat das Gegner-Team hat ihm Pömpel von der einen Seite und noch Boxeanschuhe von der anderen Seite gegeben und er ist voll weggeflogen, ey Mit dem Ball an der Hand Ah, scheiße Ah, scheiße Das ist so schön mit Eis, Alter Das ist so schön mit Eis, Alter So Funktioniert ja gar nicht, egal, hör's nochmal Das war gut, ey Ja, das ist doch nicht. Nein. So wie nein. Bam! Ah ja. Ich wollte einfach nur mit Tricks und gucken, was passiert. Das sah ja schon ganz geil aus, ey. Halle, Halle. Ja, genau! Geht sogar noch rein, ich wollte nur retten. Gut. I like it. Nee, nee, jetzt andere, bitte. Danke. Überbande hier, guck mal, hier wie beim Golf. Oh nein. Kennst du den Moment noch, Sinan? Ich höre auch richtig die ganze Zeit nur auf die Fresse hin. Oh nein. Du triffst den Ball so random, er rollt halt genau so physikalisch, damit er genau so da reingeht und nicht träfft ihn, der fliegt ja im Dreieck oder so ein Scheiß, ey, was? Oder? Ja! Okay, ich nehme alles zurück. Jetzt habe ich nicht mehr recht, das ist das Problem. Okay, meistens verbringt mich nicht zu gewinnen, aber jetzt kann ich nicht mehr heulen. Dingle. Was? Deck-off. Boah. Decker. Oh, sweet. Ich dachte schon, wenn er da kommt, ist das nächste. Ah, scheiße, ich wollte jetzt eine coole Kombi machen. Ja, das war halt mein... ...Verteidigung, zack. Schön. Ah, diese Lecks. Ah, diese Lecks. Ah, diese Lecks. Ah, diese Lecks. Durchfall! Ah! Ah! Ich hätte die ganze Zeit gehabt, aber ich wollte gucken, was kommt noch, was passiert denn jetzt hier noch? Da hatte ich ihn schon gehabt. Aber ich dachte mir so, hm, Marco, okay. Die scheiß Handel. Ist ja ein Gottesjogel. Zack. Ich mach' ein Tor! Ich komm' erst mal auf dich. Klar! Ich mach' ein Tor! Diese Eifer, Alter. So voll damit gesammelt. Gut. Schön. Nein, bitte nicht. Na komm, war an den. Und das kriegst du nicht hin. Hahahaha. Hey du. Nein. Hahahaha. Ja, ich... Und nicht, weil die Haarkäppen klappt hat. Hahahaha. 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 Ah, okay. Okay, okay. Das kann ich jetzt machen. Okay. Nein. Hahahaha. Hahahaha. Egal, was du tust, die dann. Hahahaha. 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 Sollen wir noch weitermachen? Hahahaha. 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 Achso. Ok, ok, jetzt muss ich mal schlussbelustig. Ich muss doch gewinnen hier. Ah ja, genau. Ich schreie die ganze Zeit so rum. Ich bin in diesem Spiel sehr laut. Aber es... Oh! Der Pumpe! Ein Plan, der funktioniert hat. Scheiße. Lol, nice. Das war nicht perfekt, aber... War schon nice. Tschüss. Bitteschön. Was? Ich hab mal an der rechten Ecke von meinem Auto angedockt, deswegen hat es so geklappt. Als ich auf den Boden komme, war ich dann direkt rechts im Tor. Oh nein. Oh nein. Schade. Einmal versuchen ist okay. Damit zeig ich wenigstens, ich hab's probiert. Ja, das muss ich auch sagen. Oh, da kommt's. Oh, da kommt's. nicht. Achso. Er soll mit erstandhaften 15 live. Na gut, wenn das so ist, dann hör ich mal auf. Oh Junge. Jugo. 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 2200 Punkte, Alter.